hallöchen und ein schnurzliches willkommen zurück zu minecraft ja ich wollte noch mal was schauen wo ja war ein soft ice mit schnee und zucker oh gott ich brauche ja auch ist das auch mit zucker die früchte ein vanilleeis eine blaue orchidee ja stimmt ich glaube nie vanille vanille schoten ist das von der orchidee das war doch glaube ich dingens was von einer orchidee kommt safran früchte kohlenhydrate protein also ein kirschkäsekuchen da ist kein zucker drin okay dass das merke ich mir mal für die realität dass sie da ist nur ein bisschen protein mit drin bisschen kohlenhydrate und früchte aber kein zucker das ist gut zu wissen ja ich brauche auch noch irgendwas ich dachte kann es werden eierbecher ich brauche auch noch irgendwas wo ich mein zuckerbedarf decken kann joghurt hier ist auch nur früchte und protein drin mit milch und kiwis dafür brauchen muss ich aber erstmal ein fernseher bauen und irgendwie stimmt da was mit den batterien nicht habe ich schon festgestellt oh ja batterien und auflade dinge müssen wir auch machen haben wir auch schon lange nicht mehr oder solarmodul halt eine solaranlage da brauchen wir netterquartz da müssen wir auch genug haben und wir brauchen bronze barren also wir haben glaube ich silber und kupfer und co ich glaube da haben wir massig da können wir eigentlich mal welches in auftrag geben was war das sinn und kupfer da können wir eigentlich mal ein bisschen was in auftrag geben 8 16 24 32 ja da kriegen wir einige raus ein kupfer barren habe ich so gut so geben wir mal ein bisschen war den auftrag hier ups und ups und dann können wir hier mal ein paar bronze barren machen und die solarpanelen also wenn wir vier stück rauskriegen 8 16 24 seite wenn wir vier stück rauskriegen brauchen wir drei mal vier sind zwölf zwölf quarts zwölf glas ich hoffe ich zähle überhaupt richtig wenn nicht dann sorry und zwölf holzbalken habe ich denn schon irgendwo fertige gehabt liebe holz kleber holz kann ich die nicht auch hier da ist das nur die stein nur für stein warum macht man lieber sie nur bin kannst du vielleicht auch mal so eine holz säge machen oh gott nein so rum wäre es vielleicht mal möglich vielleicht sowas wie die stein säge auch für holz zu machen dass man vielleicht durch die holz säge ich mal mit so einer holz säge kann man ja beispielsweise auch die form für einen zaun oder so machen oder noch oder vielleicht eine fräse oder irgendwie sowas wäre das vielleicht mal eine idee ja genau so so dann haben wir hier schon mal unsere vier ich packe euch jetzt gerade mal hier dazu da haben wir schon mal unsere vier dinge wie schaut es denn hier aus ja jetzt muss ich halt viel gemüse fressen ich könnte weißt du gerade lieber sie nur bin gerade so für diese hangar mod oder ich weiß nicht wie man die nennt aber gerade so für diese mod wo man auf gemüse früchte und co achten muss wie wäre es denn wenn man vielleicht ein ein buch oder ein item mit rein nimmt wo man aufgelistet sieht schon die ganzen nahrungsmittel und man nicht hier irgendwie alles durchschauen muss was denn am besten ist und was man denn am besten macht sondern wo man vielleicht so eine art so eine art koch buch vielleicht machen kann wo man die rezepte eintragen kann also von diesen ganzen entweder wenn man sie gekocht hat dass man sie mit rein nimmt oder wo man vielleicht schon in dem koch buch weißt du so wie bei dem botania wo man dann in dem koch buch zum beispiel hier was bringt protein was bringt das und das entweder dass man die rezepte so nach und nach selber hinzufügen kann indem dass man sie vielleicht kocht und herstellt selber oder dass man die dann von vornherein vielleicht schon irgendwie drinnen hat so aus ja so sowie sowieso ein buch irgendwie weiß so dass man die entweder dass man das eintragen kann so mit der zeit oder dass man die von vornherein schon drin hat und dann schauen kann wie dass sie vielleicht so ein bisschen sortiert sind nach halt hier obst gemüse zucker pipapo und dass man da halt gucken kann was ist denn da am besten ja und für die gerichte wo halt mehrere verschiedene komponenten haben die werden dann halt in diesen bereichen mit mit aufgelistet oder es gibt dann halt ein bereich für zwei oder mehr oder ich weiß nicht oder vielleicht gibt es dann eine sortierung wo man dann sagen kann nach was willst du sortieren nach protein nach das und danach das wäre das nicht vielleicht auch eine idee ich weiß es ist dann wahrscheinlich wieder sauviel arbeit das zu integrieren aber es ist es sind ja nur ideen ist ich sage ja nicht du musst das mit rein nehmen es sind ja nur ideen weil für ideen weiß ich bist du auch immer offen und wenn das gute ideen sind dann kann man da mal versuchen dran zu arbeiten ja auf jeden fall gerade so als übersicht für diese modpacks wo halt sehr viele rezepte und so drin haben ne denkt mal dran wo das pam noch mit dabei gewesen ist da waren ja alleine irgendwie 30 40 50 verschiedene crops mit bei wodurch man ja dann auch irgendwie dutzende verschiedene gerichte machen konnte und da erst mal so das passende gericht zu finden ich hatte ja damals glaube ich das beef wellington genommen und irgendein smoothie das hat halt lange gedauert sich da halt durchzufuchsen und rauszufinden was denn da jetzt am besten passt deswegen ist glaube ich so eine idee mit einem art rezept buch oder so vielleicht gar nicht mal so schlecht lassen lalala lala 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 ja ich mache einfach aus zinn und kupfer mache ich bronze ist eine schöne musik übrigen so dankeschön wir haben jetzt genug bronze jetzt können wir noch für unsere vier dinger die vier anderen dinger machen so den rest heben auf und dann können wir da hatte ich sind unsere batterien machen wir brauchen ja auch noch batterie zum was haben wir da noch mal gebraucht war das silber hallo ach ja vier silber und zwei kupfer oh gott also wenn ich dafür macht vier mal vier sind 16 16 silber und acht kupfer mist da habe ich nicht dran gedacht so so und dann können wir die eigentlich schon mal oben hinstellen weil der gute sino bin meinte er wolle noch mal schauen weil sich in meinem privatspielstand tatsächlich die batterien eigentlich überhaupt nicht aufgefüllt haben obwohl dass die halt schön unter freiem himmel und so standen deswegen noch mal hier oben ist nix und ja da müssen dann halt einfach nur noch die batterien rein aber ich habe tatsächlich keine ahnung warum das nicht funktioniert hat ich hoffe ich habe halt jetzt seit ich diesen spielstand angefangen habe diese batterie und dieses ding nicht ein einziges mal aufgehoben vielleicht ist auch nur das verpackt es wäre schön weil ich erinnere mich auch noch sehr gut dass es eine zeit gab wo das aufladen der batterie eigentlich einfach in keinerlei verhältnis zur benutzung gewesen ist das heißt du hast irgendwie 45 ingame tage gebraucht um die batterie aufzuladen hast du zweimal benutzt oder hast dann den fernseher zweimal benutzt batterie leer alles umsonst und dann hat es auch mal wieder batterien dabei da hast du dutzende und arbeit dutzende male handeln können bevor sie leer war irgendwann meinte er irgendwann meinte sie nur bin mal er würde dann so ein prozentiges einführen wo du dann sag ich mal mindestens eine bestimmte anzahl von käufen und verkäufen machen kannst und ich glaube seitdem habe ich aber nie irgendwie groß gehandelt ich habe im privaten spielstand habe ich auch gar nicht gehandelt da habe ich mir das einfach ermogelt für meine farben und so die ganze ganze obst und gemüse und aber so hier für das let's play ist das natürlich was anderes da will ich nur im absoluten notfall wenn durch irgendwelche bugs oder irgendwas oder ich kurz vorm tod stehe auch wenn der tod im grunde eigentlich gar nicht tragisch ist weil ich ja sowieso mein ganzes zeug behalte aber so im absoluten notfall halt einfach nur mal was er cheate und ansonsten mache ich das nur sehr sehr ungerne alter macht da drüber nicht so ein krach batterien genau ich habe doch silber barren auch komm ich habe zin barren gemacht das war kein silber ach komm ich habe das falsche ding genommen wie viel waren 16 misst ja gut dann gehen wir während das silber jetzt ein bisschen am brutzeln ist gehen wir dann halt einfach irgendwas irgendwas machen so entschuldigung war meine eigene blödheit so während das brutzelt wir warten jetzt hier nicht sondern wir gehen hier wieder ein bisschen unsere mine erforschen so zack zack da ja genau ich wollte eigentlich auch die schere mitnehmen ich muss noch mal eben zurück ich wollte noch die schere mitnehmen weil ich ja apropos schere was sagt unser ja da müssen wir erst abhilfe schaffen damit die wieder platz zum sammeln haben so jetzt immerhin 36 ne sind schon wieder neun neun dinge hier ja es wird langsam die wände werden so allmählich so jetzt aber und wollte da nämlich mal ein paar von diesen so mitnehmen so jetzt können wir auch mal hier das löschen da wird uns auch bald vermutlich das oder auch nicht aber hier jetzt wahrscheinlich ich gehe mal auf die andere seite da wird uns jetzt das kies um die ohren fliegen möchte da nicht unbedingt runter stecken das ist nämlich keine gute idee wenn man sieht ist es bornt hat einfach wieder überhaupt nichts mehr es ist alles ausgestorben und das halte ich nicht für normal weil das ist doch langweilig da braucht man auch keine höhlen tor machen wenn es keine monster gibt ja was heißt höhlen tour halt hier diese diese minentour ach ja ich kann von da hinten genau muss ich hier noch mal so ein ding machen oder oben haben wir wasser okay hier geht es nicht weiter ich dachte jetzt geht es hier durch aber da hat sich wohl meine hoffnung zerschlagen es sieht schon cool aus wenn man hier so diese ganzen aber selbst hier hier ist hat einfach nix ich bräuchte theoretisch noch nicht einmal ausleuchten weil hier ist einfach halt hier ist halt einfach nix deswegen würden wir auch wahrscheinlich so schnell nicht an schleim herankommen weil es born ja keine es wird hat einfach nix gespawnt wir müssten höchstens wenn wenn der blutmund ist mal wieder in die slime farm und müssen dann mal schauen anstatt runter in die monster falle anstatt in die monster falle runter dann beim nächsten blutmund in die schleim farm und gucken ob da halt irgendwas dann spawnt ansonsten es ist es kommt halt will ich glaube das kann ich eigentlich auch lassen das schöne holz wir können das heilt im grunde eigentlich auch komplett lassen weil es ist ja einfach nichts ne es kommen keine es kommen keine monster ne ihr seht ich bin hier und ich bin im kreativ modus da müssen die im umkreis trotzdem spawn aber ich muss nie so schnell wie das kam konnte ich noch nicht mal muten aber man sieht halt hier hier spawnt hat einfach gar nix egal wo ich hingehe außer außer wenn der blutmund kommt ne dann ist polen offen hier aber ansonsten passiert hier halt einfach leider gar nichts und dadurch dass jede menge viecher kommen wenn blutmund ist habe ich so den eindruck dass da vielleicht ein kleines fehlerchen im blutmund vielleicht selber sitzt was ja durchaus sein kann also ne fehler kommen vor bugs kommen vor in den besten spielen aber es kann halt nicht daran gearbeitet werden wenn man halt nichts dazu sagt mich würde da in der hinsicht mal interessieren ob der gute sinobin bereits von irgendwas weiß dass es da wohl spawn probleme gibt das würde mich mal interessieren vielleicht liegt es auch nur mal wieder an mir ich habe ich habe das ja tatsächlich ganz oft dass ich in spielen wie aus magischer hand die bugs anziehe was sehe ich denn da unten ja sowas da gehen wir doch mal hin weil sie hier ist halt auch es kommt halt einfach nix ein bisschen redstone ich markiere das hier mal monster fall uns der falle monster falle zombie die kiste nehme ich aber mit dass ich weiß wo ich war hier schon ich laufe hier komplett durchs dunkle und ist halt einfach nix aber wer ist es blutmund ist sie hier die fledermäuschen sind da aber ansonsten ist hier nicht viel zu finden und das ist finde ich persönlich nicht normal also irgendwas stimmt da nicht meiner meinung nach ich meine für netter wäre das super wenn hier nirgendwo viecher spawnen das wäre für den netter wäre das toll das ist aber auch hier haben wir hier haben wir wieder eine amethyst blase da müssen wir sowieso noch hin ja wie man sieht ja ich finde die geräusche von dem amethyst so schön kling kling klong klong kann man den amethyst selber zerlegen ne da braucht man die da ne kann man steht das da dass man den irgendwie ja doch man kann den wohl ah auf der zerlegebank kann man das wohl machen gibt es eigentlich noch mehr davon also verschiedene oder nur dieses amethyst weil tatsächlich habe ich bisher nur das amethyst auch gefunden ich glaube ich markiere mir das hier auch mal zum abbauen amethyst knospenblock oh der hat gar nichts gedroppt der knospenblock nee ach war da nicht irgendwas dass man die war da nicht irgendwas dass man die züchten kann muss man die vielleicht an den knospen mit dem knospenblock machen ich glaube ich muss da mal welche lassen ich glaube ich muss da mal welche lassen und muss mal versuchen die mit ding abzubauen mit behutsamkeit weil ich glaube mich zu erinnern dass sinubinder was gesagt hat von wegen hier ort züchten ist ja relativ einfach zu kriegen weil man die amethyst ja auch irgendwie züchten könnte irgendwie sowas in der richtung so jetzt muss ich nur den weg zurück wieder finden ach hier aber ihr seht schon hier normalerweise es würde hier in der entfernung überall was bauen aber es passiert einfach nichts ich glaube da muss man wirklich mal schauen weil ich halte das nicht nicht so wirklich für normal die kette nehmen wir natürlich auch mit ist wertvolles eisen so komme ich denn so wieder hoch ich nehme ich aber mit ja passt so hier haben wir auch zu also ich komme kann wahrscheinlich von hier weil die dinge hier links sind und nur links und nicht nur auf dem boden na jetzt geht doch mal da rein danke so also hier waren wir ja hier können wir auch dicht machen so das mal mit ja die fackeln die übrigens hier an diesen dingen sitzen ach hier ist wieder die wand vom von der slime farm die fackeln die wo oben an den holzbalken sitzen die sind mit gespawnt also die habe nicht ich gesetzt sondern die spawn automatisch mit da na na so rum jetzt haben wir schon wieder 28 minuten alter wie scheiße schnell geht denn bitte aktuell die zeit hier rum das ist ja unerhört so dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüss tschüss